Ok, komm mit, wir... Ja, ich will... Ne, ne, kann's hier, kein... Hallo? Schnell, hier geht's noch. Ich mach's. Ja. Ja, Schöp, Mann! Hallo, wir stehen ungünstig. Komm schnell rein. Dankeschön. Komm rein ins Auto und knall ihn ab. Wie? Das darf der Abkann nicht. Naja, der hat sich... der hat sich beklaut. Komm doch rein. Ja, ich komm doch hier, das ist zwei Sitzer. Nein, das ist vier Sitzer. Das ist... ne, ich komm da hinten nicht rein, weil da hinten keine Türen sind. Warte mal ganz kurz. Oh, du hast recht. Das ist noch zwei Sitzer. Du musst die Arme zwei jetzt zu Fuß gehen, oder was? Ja. Ich hab meinen Taser. So, ich knall die jetzt alle ab, ohne Witze. Pass mal auf, wo ist ein Robo? Ich brauche ein Robo. Ich brauche ein Robo, ohne Witze. Soll mich einfach mit dem Schuh abwerfen und ich knall die ab. Mach. Ja, warte mal, bleib mir stehen. Erstmal hier... Hat er sich auch noch eins rausgenommen, dieser Wichser? Ja, hol den, mach den doch tot. Darfst du doch, der hat dich überfallen. Wer denn? Der Gangster. Ne, das war ein Dieb. Na, ne, ne, ne. Ja, da, ne, ne. Ich darf mich natürlich nicht mehr mit dem Schuh abwerfen, oder? Ach so, mit dem Schuh abwerfen. Ja klar, dass ich wäre. Ich find das voll gemeint von dir. Ja, das voll gemeint von dir. Und er fliegt. Ja. Haben sie kein Geld, Sir? Nein. Immer noch nicht. Aber dafür hab ich was für dich. Was Kleines und Feines. Oh, Martin! Du darfst ihn abknallen, ne? Ich weiß, das war ich jetzt auch. Ne, mit meinem Zepter. Du. Mit nem Taser treffe ich ja. Ja, muss ich versuchen. Da randadiert grad ein Hubo auf dem Dach. Ich möchte jetzt irgendjemand abknallen. Ich sitze mal ohne Witze. Haben Sie hier etwas Kleingeld für mich? Der ist er doch. Hallo, ich steh mit Warnbrief Blinkanlage hier und warte auf euch. Haben Sie hier etwas Kleingeld für mich? Äh, nein. Okay, warte. Oh, du möchtest jetzt im Spät gestanden. So. Er hat mich mit dem Schuh abgeworfen. Ganz einfach. Darf ich ihn abgeworfen? Weil ich dann auch so ne Waffe. Das ist aber grausam gegen Robben. Ja, das ist grausam. Aber wenn er mich mit dem Schuh abwerft, dann geht das nicht. Ich glaub, der rufst ja Support. Hab ich das jetzt falsch gemacht oder was? Ja, er hat keinen Support gerufen. Nein. Hilfe. Ich will rein da. Geh doch rein. Geh. Ja. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho. Obdachlosen King. Ich will wüt. 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 Komm, Alphette. Lauf Alphette. Keiner hat damit gerecht, dass ich eine Waffe hätte. Ne. Ne. Ich schon. Hat sich belohnt, der Waffe. Wir fahren jetzt zum Weed House. Aber für diesen Moment. Wir fahren jetzt zum Weed House. Ne. Ja klar. Ne. Wir fahren jetzt zum Weed House. Alter. Ja. Ja. Vor allem echt da drin auch. Der Zeug ist wieder tot. Jetzt ist ja was, geht er wieder drin. Hahaha. Das ist verflucht, das Haus jetzt. Hahaha. Ja, wir halten uns an die Straßenverkehrsgesetze. Haha. Komm, wir gehen ja jetzt mal rein. Oh, das ist was. Aber er hat nicht in der Adminchat geschrieben, oder? Nein, hat er... Ah, das darf ich dir gar nicht sagen. Nein, hat er... aber trotzdem nicht. Okay. Aber ich mein, ich hab ja nix falsch gemacht. Ja. Würde ich erklären. Ey, das sieht hier creepy aus, und der Ruskel drin. Darf ich, dass er eigentlich hier... Komm, ich komm mal klauen, ne? Echt? Ja. Ist kaputt, oder geht das? Ne, geht. Aber ich darf's ja nicht glauben, weil ich kann liebden. Pff. Obwohl, wenn's offen ist, dann wieder was anderes, ne? Ey, ich hab nicht gedacht, dass ich gern. Na, ich will nur ganz kurz einmal belaulich dann machen. Was ist, wenn ich... Moment, falls... Ich guck mal ganz kurz nach... Ja, wir können ja schon ja dieet werden, aber das dürfen wir nicht. Das ist ja wie der Job erklärt. Äh, ELS... Sirene ist T... Ähm... Mausfall. Äh, ich fahr mal mit deinem Auto, ne? Alter? Ja? Das ist auch Diebstahl. Ja? Komm, ey, komm, steig doch rein hier! Komm, ey, komm, steig doch rein hier! Wenn du überhaupt über den Hubbel kommst hier... Der Zeug hält auf! Einsteigen! Come on, let's go! Geh raus, hallo! Mein Auto! Los geht's! Hallo, das ist Team Stahl! Ich melde dich jetzt bei der Polizei! Jetzt komm, steig doch jetzt mal ein hier! Ja, raus! Jetzt steig ein! Okay, wir machen jetzt eine Straßenblockade, die du nicht überqueren kannst! Ja, komm, oah! Das macht nur der Zeug! Soll ich dich, soll ich dich freezen? Okay, hier! Das Auto räumt weiter! Wie ihr seht! Nein, fahr ruhig, mir ist das egal! Ne, dann komm, fahr! Ne, fahr jetzt! Hallo! Doch, jetzt fährst du! Wo seid ihr denn? Beim, äh, wenn du aus der Stadt rausgehst in die Wüste! Ey, was ist das? Oh! Fahr mal zurück, fahr mal zurück! Ja! Hast du das da oben gesehen? Nein! Oder werde das Auto von ihm kaputt gemacht! Ja, und? Ja, erklärt! Und links links links, lädt gerade aus, rechts auf dem Wüste! Da sehen wir, dass ein paar Prozent der outbreak ist, wie ein paar Jahre, die Öl assault der Dr. Jautsklauen, die Dinger, die Dinger, diese klauen. Ja klar, die auch die Banken. Das ist ein Öl. Da war eine Rolle, der tôier Bette stehen mit dem Ding. Da war ein Dreier, der Städte, der bleibt ein, das ist erlaubt, hier aber doch noch Er darf kontrollieren, aber du musst nicht stehen bleiben, fahr einfach weg. Okay. Ne, der hat doch eben fehlt hier. Ja. Tschüss. Wir bleiben hier. Ich hab's mir was erklärt, deswegen. Erstmal aussteigen. Komm, aussteigen. Wir müssen aussteigen. So, wie geht denn das? Wie geht das? Waffenchecker. Willst du stehen bleiben? Äh. Hallo? Nein. Ich wäre nicht gegen den Waffenchecker. Hahaha. Hallo. Geht nicht. Nein, der will mich auffrechen. Fahr! Fahr! Er kann nicht schwitzen! Er kann nicht schwitzen! Ich hab mir das drin! Ich hab mir das drin! Wie funktioniert denn das? Hä? Äh, das war schon richtig, aber du hättest es noch mal machen müssen. Links klick, jetzt hier abbrechen. Links klick, okay. Rechts klick und dann, genau, er furcht links wieder auf dich. Boah, jetzt sind wir doch grad zu dem Zoll entkommen. Der Zoll wartet schon hier wieder. Ja, der Zoll. Wir werden aber nicht so blöd sein, wenn da jetzt nochmal rumfahren. Ja. So blöd sind wir nicht. So blöd sind wir nicht. Der Zoll kommt zu euch. Der Zoll kommt zu uns, das ist gut. Ja. Das ist Service. Das war ein mentales Spiel, ne? Wir fahren nämlich doch nochmal hier rum und du weißt nicht wo wir sind. Oh! Ja, hoho. Oh hoho. Fakt! 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 ausgestattet Oh nice Das ist für mich dieser Haupturteil Du wirst gar sterben Zoll Wegen den Gangstern Na hat er gerade mein Auto geklaut? Zoll hol den raus, Zoll hol den raus, da ist mein Auto drin Zoll hol den raus, das ist mein Auto drin Zoll hol den raus, das ist ein Auto Was denn jetzt passiert? Ich sehe nichts mehr Halt doch das Auto an Guck mal die Zoll Hey warum warum hast du nicht geantwortet den Zoll zu Warte, ich habe keine Anstände gegeben Halt doch das Auto an Guck mal warum, liegt der Zoll gerade rum? Hallo Zoll Ich häng hier irgendwie an irgendjemanden fest Ja Support gerade Hey Tim ist im Support Mein Auto wird geklaut Tim ist im Support Hallo Ja was denn? Ja hol den Typ da irgendwie raus Hau den Typ raus Oh Alter was geht ihr mit dem jetzt? Ja genau Ich rede hier gerade mit dem Support der ist nicht amüsiert über mich Hallo Ja spreche Ey das Auto ist explodiert Der Gangster ist mit dem Auto gegen ein anderes Auto gefangen Äh wo er sich hat das ja gar nicht in der Hand halten Deswegen weil ich es direkt zu eventuell Ich rede gerade mit dem T.S. Was? Ja das ist nur keine Ausrede hier Hallo? Was? Ja 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 mach ich Grüß ihn Grüß ihn Grüß ihn von mir Ich geh da mal ne Hallo ich darf das auch gar nicht filmen Hallo Ey 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 Hallo jetzt aber ich muss alles rausschneiden Sag mal Hallo Jetzt hackts ne? Muss ich alles rausschneiden hier im Support Ja was Tracking Walter Walter ich habe ja ein rdm zu melden Äh Oho Alter hallo Äh Ey da mal auf mein Freund anzupissen Willst du Limonade kaufen? Alter Willst du Kugeln kaufen? Nur so ne Frage Willst du Kugeln kaufen? Ich bin jetzt auf dem Dach Halt mal an Halt mal an Halt mal an Ja Hast du das? Ne Das nichts Buss hast du das? Ähm Jein Biss ne Hallo bleib stehen Ich dachte das soll Beamtade tüflich aus anhalten Na klar Tat als sie mal tun Ja ich bin Jk Es kommt eine Trempe Gerade das wusst ich nicht ja regel durchlesen ich rede gerade mit dem supporter oder hat mich geahne mehr ja ist doch abgearbeitet ich würde gerade ich will nur noch mal absteigen so ich bin hier überhaupt zu verwahrungskontopunkte du kriegst dann irgendwie was tolles am Ende ja einen schönen Bann oder Kick das hört sich gut an oh super ich wurde verwarnt oh er wurde verwarnt und jetzt wurde ich gejailed ja 26er wenn ihr mich wisst hast du jetzt verzeiht die Regeln durchzulesen haha ähm ja ja wie geht's hier sind wir es geht wir haben jetzt die Regeln durchlesen ja 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 zwei Malzeiten oh super finde ich auch ist denn das nix jetzt sind sie hier und müssen wir die Regeln für 300 Sekunden angucken gut 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 gemacht ja 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 du hast ja immer ja 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 wissen sie wo ich denn Waffe kann kann weil ich keine hab momentan und ja der Fitts Geld zu machen kann Ah, beiden Waffengieler da vorne, alle hinten, okay ja, einfach nett wenn mich jemand im Gefängnis sehen will, ich bin hier Dankeschön, ich warte mal Irgend so auf der Wiese Hallo Sir, haben Sie etwas Kleingeld? Ich würd gern Pari-Wolver-Kochen Mich fehle Boah, danke! Ähm, komm doch an! Sagen Sie mal Pari Das hat ihm eigentlich nichts zu tun, dass die mich die ganze Zeit kontrollieren Ja, die haben nichts zu tun Okay Na Wie die einmal alle da zwischen Puzzeln, ne? So ist es halt Was wäre, wenn ich jetzt Anwalt wäre, da könnte ich mich da eigentlich selbst daraus holen Äh, nee, das ist nicht das Jail Es gibt ein Gefängnis und es gibt ein Admin-Jay, ne? Ja, und das Admin-Jay kommst du nicht raus Doch, ich komm, wir können es aber versuchen Ja, brech mal auf, bitte Geht nicht, ne? Äh... Der hat mich unter 50 schlagen Nee Nee Super Nee Nee Aber bist du auch gross Ey, ich verlier' Leben hier, super, ne? Ich heil' dich Super Ich heil' dich Ja Ich bin Einmal gestorben Ich heil' dich wunderbar Zu mir leid, Oberkönig Aber so soll man nicht Ein gesetzend sich hält Nein, nein, der Dieb ist gut Der Dieb ist gut Der Dieb ist gut Der ist ein ganz netter Dieb Ja, ich darf mir die Regeln durchschließen Ja, Fisch der, der hörte ich nicht, ne? Elf kein Dieb, Elf und damit dein Held Genau, ein Held Ein Held, der Geld droppt Ja, ein Held der Geld braucht, ne? Ich hab's lustig, die mir aufzuknallen, aber ich find's jetzt auch nicht provozieren, ne? Aber, äh, ne? Es ist halt so, dass ich persönlich jetzt auch, ähm, mal ein bisschen Action will in der Aufung, ne? Ja, ist jetzt eh vorbei Oh, der Kollege hat's geknallt Ja, das ist es noch nicht Trugel, droppen Geil Trugel, schossen Trugel Du recht halt auch nicht so, dass der, dass ein Öraknister seine Waffe hat, aber Doch Ne Doch Ne Doch Ich weiß jetzt nicht Ich schon Oh, Geld 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 Prozent im Prinzip wurde nicht gewechselt ist er ja hallo 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 und sind ja die 300 Sekunden rum das dauert ja ewig ja genug Zeit um die Regeln ist ja das finde ich auch gut so ja das finde ich auch also ne das ist wirklich eine Maßnahme wo ich mal weil ich euch angehalten habe ich finde dass deine Zuschauer ups sorry ich finde dass deine Zuschauer auch mal die Regeln durchlesen können deswegen mache ich die für dich auch mal 300 Sekunden auf ha 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 ja hier oben wer war meine Zuschauer kannst du in die Kommentare schreiben ja da können die Regeln kannst du ja so ein Quiz dazu machen ha ha ha